Hallo und herzlich willkommen zum neuen Just Bring It Podcast. Wir sind weiter im Wrestling-Bereich unterwegs und in den letzten Wochen und Monaten habt ihr immer wieder von Wrestlern gehört, die in der WXW Academy trainiert haben, trainieren oder vielleicht sogar trainieren werden. Und da denke ich mir, es ist auch mal ein gutes Thema, mal über die WXW Academy zu sprechen. Und wen kann man da besser für wählen als Gesprächspartner als den aktuellen Headcoach Robert Greisker, auch bekannt als Avalanche. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Servus, grüß dich. Freut mich da zu sein. Danke für die nette Überleitung. Ja, immer wieder gerne. Robert, wir haben jetzt, wie gesagt, von vielen Leuten gehört, WXW Academy als der Trainingsort der Wahl. Kannst du uns mal kurz die WXW Academy vorstellen? Ja, kann ich. Also die WXW Academy ist, wie der Name schon sagt, die hauseigene Wrestling-Schule von Westside Extreme Wrestling ansässig in Essen, wo ich jetzt auch dieses Jahr gerade hierher gezogen bin, um diesen Job anzutreten. Wir haben aktuell, also nagel mich bitte nicht auf eine genaue Zahl fest, aber um die 130 Mitglieder, die in drei verschiedenen Trainingsstufen, sage ich mal, trainieren. Und das Handwerk des Wrestlers erlernen, beziehungsweise erlernen wollen oder eine andere Karriere im Wrestling verfolgen. Ah, okay. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Du hast gerade schon gesagt, in Essen. Erstmal, wie fühlst du dich in Essen? Okay. Tatsächlich muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen, ich bin aus Wien hierher gezogen. Deswegen ist der, ja, wie soll ich sagen, deswegen ist die Frage vielleicht auch ein bisschen unfair, wenn man sich mal ganz ehrlich ist, weil Wien dann doch, ja, nicht umsonst in allen Rankings dann immer wieder doch die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Also, ich fühle mich wohl, es ist okay, aber es ist nicht Wien. Das wäre meine ehrliche Antwort. Sagen wir mal, Essen ist mehr die Arbeiterstadt als Wien jetzt. Also, es ist mehr eine Stadt, die sehr von der harten Arbeit gezeichnet ist und wo man halt gut arbeiten kann, aber vielleicht nicht so schön wohnen wie in Wien. Ja, das, so können wir stehen lassen. Aber nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Also, ich habe absolut nichts gegen Essen. Ich fühle mich auch wohl hier, aber man darf halt den, willst du sagen, ich bin Realist. Sagen wir mal so. Ja, klar. Du fragst auch keinen, der aus New York nach Wanneilke gezogen ist, ob ihm die Großstadt da gefällt. Ja, ja, quasi, ja. Auch ein bisschen schwierig. Ja, aber wenn wir von Essen reden, warum gerade Essen als Location für die Academy? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die man wahrscheinlich eher meinen Vorgänger fragen müsste. Aber ich nehme mal tatsächlich an, dass das wahrscheinlich eher eine Frage der passenden Immobilie war, als dass man wirklich gesagt hat, man möchte in Essen direkt stationiert sein. Zumal ja auch damals das WXW, also das WXW-Büro, Headquarter wie auch immer, Headquarter klingt ein bisschen hochgegriffen, aber das WXW-Büro ja früher in Oberhausen war. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass es unbedingt Essen sein hätte können, sondern es hätte auch jede andere Stadt im Ruhrgebiet sein können, glaube ich. Ich glaube, gerade für so eine Wrestling-Schule brauchst du natürlich auch so eine Räumlichkeit, wo da auch mal so ein Ring reinpasst. Und das passt ja noch lange nicht in jede von der Größe her. Ja, richtig. Also das darf man nicht unterschätzen, weil man braucht ja über dem dritten Ringseil noch jede Menge Platz, damit da auch mal ein Körper durch die Gegend fliegen kann und sich nicht an der Decke stößt. Und da ist es tatsächlich nicht so einfach, eine Immobilie zu finden, weil tatsächlich das dann oft wahrscheinlich alte Lagerräume oder Werkstätten dann eigentlich nur erfüllen. Von daher, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste die Wrestling Academy auch früher eine Dachdeckerei gewesen sein. Ah, ja gut, das passt ja von der Höhe her auch. Da hat man wenigstens genug Luft nach oben. Ja, dann erzähl doch mal, was ihr so alles von der Location her in der WXW Academy für Räumlichkeiten habt. Also was die Academy an sich betrifft, also es gibt zum einen die Büroräumlichkeiten von WXW im selben Haus, wo sich auch mein Schreibtisch befindet. Wenn ihr mal eine Roomtour haben wollt durch die WXW Academy, dann empfehle ich euch das Wrestling Academy Match von mir gegen Norman Haras an dieser Stelle. Das schönste Cinematic Match, was ihr gemacht habt. Ja, das war sehr gut. Da sieht man, sag ich mal, 80 Prozent der Räumlichkeiten der WXW Academy und des Büros. Also das gerne mal auschecken auf WXW Academy oder auf dem WWE-Network. So, wo war ich denn? Ja, also wir haben den Trainingsraum mit einem Matten-Warm-Up-Bereich. Also das sind Itamis, Judo-Matten ausgelegt. Dann natürlich den Ring an sich und dann gibt es im Trainingsraum auch noch einen kleinen Bereich mit Gewichten, wo man sich fit halten kann. Was aber tatsächlich, muss ich auch sagen, in erster Linie an die Leute gerichtet ist oder gedacht ist, die einen längeren Aufenthalt bei uns buchen. Also man hat auch die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, aus dem deutschen Süden ist oder, also ich hatte dieses Jahr schon das Vergnügen mit Leuten aus Brasilien, bevor, ja, ich hätte fast gesagt, bevor die Welt untergegangen ist, aber bevor uns Corona ereilt hat. Also, ja, gibt es auch die Möglichkeit, dann sich konditionell und krafttechnisch fit zu halten und natürlich Sanitärräume und so weiter sind auch logischerweise vertreten. Ja, das war es eigentlich, aber das ist auch eigentlich alles, was man braucht. Und abseits, beziehungsweise, naja, abseits klingt ein bisschen weit entfernt, aber wir haben auch ein Apartment gemietet, wo dann eben auch zum Beispiel Leute aus Brasilien dann übernachten können. Ist fußläufig locker erreichbar von der Academy aus und, ja, bietet, man findet alles, was man braucht, um das Handwerk zu erlernen, sagen wir mal so. Ja, ihr habt ja wenigstens auch den Luxus, dass ihr den Ring halt darauf stehen lassen könnt und nicht jedes Mal den neu aufbauen müsst, wenn ihr wieder da trainieren wollt. Das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man so eigene Räumlichkeiten hat. Aber bei vielen anderen hört man ja immer, die mieten sich dann irgendwo ein und müssen dann zum Training den Ring aufbauen. Das ist, glaube ich, äußerst lästig, kann ich mir so vorstellen. Also, ja, grundsätzlich hast du recht, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nichts dagegen, wenn das Aufwärmprogramm jedes Mal daraus besteht, dass der Ring aufgebaut wird. Ja, okay. Aber das liegt auch wahrscheinlich ein bisschen an meiner eigenen Vergangenheit, weil bis ich zum ersten Mal, also, ja, sagen wir mal vor Publikum stand, weiß ich nicht, wie oft ich einen Ring ab- und aufgebaut habe. Für mich gehört das halt einfach dazu, ne? Also, es gibt, also, es ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber es gibt heute Leute, wo ich sehr überzeugt davon bin, dass die ihr erstes Match bestreiten in ihrem Arbeitsgerät und nicht mal wissen, wie der Ring aufgebaut wird. Und das ist für mich persönlich eigentlich unvorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das kann ich verstehen. Bei uns in der Ausbildung, wie es früher auch immer, du musst dein Arbeitsgerät und deine Ausbildungsräumlichkeiten kennen, damit du das auch richtig machen kannst. Und das ist ja das Sell-Prinzip bei euch mit dem Ring. Kann ich voll genau verstehen. Genau, richtig. Lass uns mal drüber sprechen, was ihr so bei euch anbietet. Erste Frage ist natürlich, wie kann man denn Student der WXW Academy werden? Das ist relativ einfach. Wir bieten, also, wir sprechen jetzt, muss man dazu sagen, eigentlich die ganze Zeit, wie es wäre, wenn sich die Welt in der normalen Geschwindigkeit drehen würde. Also, 2020 ist alles anders, aber grundsätzlich ist es so, dass wir einmal im Monat, im Normalfall ist es immer der erste Sonntag im Monat, ein Probetraining anbieten. Und im Zuge dieses Probetrainings kann man sich dann entweder eben anmelden oder sich die Unterlagen mit nach Hause nehmen und sich dann quasi wie in einem Fitnessstudio einschreiben. Es ist ein Vertrag, der geht auf zwölf Monate mit einem monatlichen Beitrag von 45 Euro. Und für diese 45 Euro im Monat kannst du dreimal die Woche zum Training kommen. Das war schon ein ganz gutes Angebot, dass du jetzt drei Möglichkeiten hast in der Woche. Also, ich sage mal so, ich hätte gerne diese Modalitäten gehabt, als ich das Handwerk erlernt habe. Wie war das denn bei dir, die Möglichkeiten, wenn wir da mal nur kurz so einen Schwenk machen dürfen? Also, da geht es gar nicht so sehr um die Möglichkeiten, aber die 45 Euro, die habe ich auf jeden Fall in der Woche ausgegeben. Oh, okay. Das ist schon eine andere Ausdauer. Also, ja, also das ist tatsächlich sehr, 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 sehr preiswert, muss ich sagen. Ohne, ja, wie soll ich sagen, das soll wirklich keine billige Werbung sein, aber tatsächlich, wenn man dreimal die Woche Training, also Innenring-Training, ist tatsächlich schon sehr, sehr viel. Und für 45 Euro im Monat ist wirklich, ja, wie gesagt, also das ist jetzt keine plumpen Bewerbung von meiner Seite, sondern diese Modalitäten hätte sich der Schüler, der ich damals war, wirklich gewünscht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist einfach nur mal ein Vergleich, von früher zu heute mal zu sehen, was es da auch für eine Entwicklung gegeben hat. Das ist ja auch viel wert und auch wichtig, muss ich sagen. Ja, absolut. Dann lass uns mal über das Thema Training sprechen. Was für Trainingsangebote habt ihr denn? Du hast ja gesagt, ihr habt verschiedene Trainingsgruppen. Was bietet ihr denn alles an? Na ja, das Angebot an sich, es gibt nur dieses eine Angebot, nämlich Pro Wrestling. Ja, ja, klar. Es ist aber so, dass wir halt drei Leistungsstufen haben, beziehungsweise wir haben auch noch das Kindertraining, muss man auch sagen. Also für Kinder bis 14 Jahre gibt es noch eine extra Kindertrainingsgruppe, die von Rotation geleitet wird hauptsächlich. Also wenn man so möchte, gibt es dann vier verschiedene Gruppen, wenn man so möchte. Und natürlich beginnt jeder in der Core-Gruppe. Wie der Name schon sagt, da erlernst du erstmal die Grundlagen. Das heißt Fallschule, Fallschule und nochmal Fallschule und dann erste Griffe und erste Konter, wo wirklich das Fundament gelegt wird. Und es gibt dann auch, ja, also es gab bis dato erst eine, aber grundsätzlich würde es dann auch in regelmäßigen Abständen, so irgendwas zwischen Quartals und halbjährlich, in Anführungszeichen, eine Prüfung geben, um dann aufs nächste Level aufzusteigen. Das wäre das Intermediate-Training, wo eben ein gewisser Katalog erfüllt werden muss, den auch jeder kennen muss, außer, ja, keine Ahnung, wenn Great Kali bei der Tür rein spaziert, dann werde ich dem nicht sagen, nee, du kannst keine Rolle rückwärts, das funktioniert nicht. Da wird man den Weg stündlich. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Aber ich kann, also macht euch keine Hoffnungen oder keine Sorgen, je nachdem, wir haben niemanden von den Ausmaßen von Great Kali in der Academy. Das könnte auch mit der Deckenhöhe schon wieder still sein. Gut, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber dann gibt es eben das Intermediate-Level, wo halt dann wirklich quasi auf dieser Basis oder auf diesem Grundstein, der gelegt wurde, wo man dann anfängt, quasi das Häuschen zu bauen, den Rohbau aufzustellen, wo es dann halt wirklich auch an fortgeschrittene Techniken und so weiter geht. Und dann wäre der nächste Schritt das Level der Advanced Class, wo dann eben wirklich gezielt auf das Debüt hingearbeitet wird, wo auch dann letztendlich auch wirklich dann der Feinschliff klingt ein bisschen blöd, weil das würde ja suggerieren, dass man ein fertiger Wrestler ist, wenn man aus der Academy rauskommt, was natürlich so auch nicht stimmt. Aber in der Advanced-Klasse wird mehr oder sehr viel Wert auf Psychologie gelegt. Da geht es nicht mehr in erster Linie darum, wie mache ich etwas, sondern es geht um die Frage, warum mache ich etwas oder warum mache ich etwas nicht. Wann mache ich etwas? Das heißt, natürlich werden da auch noch an technischen Sachen Feinschliff betrieben, aber grundsätzlich ist eigentlich jeder, der in der Advanced-Klasse starten darf sozusagen, der hat eigentlich den sportlichen Teil im Normalfall schon drauf. Da geht es dann wirklich nur noch um das Erlernte dann anzuwenden. Das ist wirklich immer aufbauend auf die vorherige Stufe, dass man sich immer weiter verbessert. Das ist natürlich wirklich gut, dass man halt immer so diesen Fortschritt hat. Und ich finde es interessant, dass du auch sagst, ihr habt da so eine Art Prüfung dazwischen. Das ist ja auch einen ganz guten Ansatz. Das ist halt, als wenn du eine Fortbildung, ich muss es ja mal vergleichen aus der Sicht eines Nicht-Fresslers, als wenn du eine Fortbildung machen würdest, wo du dann was draufsetzen willst, Vertiefungen vorher halt auch eine Prüfung abschließen musst. Um zu zeigen, dass du das kannst, was in der vorherigen Stufe war. Ja, es führt halt, also man darf halt auch nicht vergessen, also wir haben 130 Mitglieder und natürlich muss ich auch eine gewisse Art der Chancengleichheit sicherstellen, weil, wie soll ich sagen, also alleine die Zahl, wir haben 130 Mitglieder. Ich habe noch nicht alle Mitglieder persönlich kennengelernt. Das ist halt wie in einem Fitnessstudio. Es gibt Leute, die trainieren im selben Studio wie du, das du vielleicht sogar leitest, die du aber noch nie gesehen hast, sondern die halt in der Mitgliederliste halt ein Name sind, den du zwar kennst, aber du hast kein Gesicht dazu. Und keine Ahnung, das kann jetzt zum Beispiel daran liegen, dass ich mittwochs nicht das Training gebe, sondern Axel, das ist übrigens gerade frei erfunden, weil ich habe tatsächlich gerade keine Erinnerung, weil das alles schon wieder so lange her ist. Nee, aber jetzt nur das Beispiel. Wenn du nur mittwochs zum Training kommen kannst und ich aber mittwochs nicht da bin, dann werde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dich in die Intermediate-Class hochzustufen, weil ich einfach nicht weiß, was dein Stand ist. Und so ist es einfach in einer gewissen Art und Weise eine Chancengleichheit für alle und aber natürlich auch eine Orientierung, weil die Leute wissen, okay, das muss ich alles können. Und man natürlich dann, also ich setze dann auch immer so ein bisschen auf eine gesunde Selbsteinschätzung, die kann im Wrestling absolut nicht schaden. Und, also, weißt du, was ich meine? Dann wissen ja die Leute selber, wo stehe ich denn? Wie weit bin ich denn von der nächsten Stufe entfernt? Und wenn man dann, sagen wir mal, ehrlich zu sich selbst ist, dann kann man sich relativ gut einordnen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber... Nee, ist vollkommen in Ordnung. In die Richtung ging es ja, das war ja genau das, was ich wissen wollte. Aber du meinst schon, es kann ja auch sein, dass du an Tagen vielleicht nicht trainierst oder immer noch nicht trainiert. Habt ihr denn irgendwie sowas wie, ich nenne es jetzt mal ganz grob, Studentenakten, wo ihr so Fortschritte vermerkt? Oder ergibt sich das einfach dann wirklich über den Test, wenn man dann sagt, ich möchte gerne diese Prüfung in Anführungsstrichen ablegen? Mach das da drüber oder gibt es vorher irgendwie eine Dokumentation, wie weit die Leute sind? Eine Dokumentation in dem Sinne gibt es nicht. Also es gibt jetzt keinen, es gibt jetzt nicht den großen Aktenschrank in der Academy, wo dann drinsteht, weiß nicht, Alex kann schon wieder nicht den Ristlock richtig ausführen. Nee, das absolut nicht. Nee, ich mache mir hin und wieder Notizen, aber eigentlich nur, wenn es was sehr Positives ist. Also, aber grundsätzlich glaube ich dann doch, dass man schon ein relativ gutes Gespür hat, schwierig zu erklären, weil die Leute, die schnell Fortschritte machen zum Beispiel, das sind ja auch die Leute, die oft da sind. Oder vielleicht nicht oft, aber die regelmäßig da sind. Und da kriegt man es natürlich firsthand mit. Also Aufzeichnungen, um zur Frage zurückzukehren, Aufzeichnungen gibt es da nicht, aber es gibt schon, man kriegt natürlich Sachen mit und macht sich Notizen im Kopf, aber jetzt da wirklich für jedes Mitglied eine Kartei oder so anzulegen, das wäre ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Was man ja nämlich auch sagen muss ist, natürlich ist von den 130 Mitgliedern nicht jeder, also alle interessieren sich für Wrestling und alle haben Wrestling gern, lieben Wrestling, was auch immer, aber für manche einen ist das auch einfach ein Ausgleich zum Job. Der hat vielleicht gar nicht das Bedürfnis, irgendwann mal, keine Ahnung, bei 16 Karat im Main Event zu stehen, sondern der findet Wrestling cool und ist ein cooler Ausgleich und dann geht der da einmal die Woche hin oder zweimal im Monat und wenn er mal zwei Monate keine Zeit hat, ist es auch nicht so schlimm. Ja, verstehe ich. Klar, fand ich einfach interessant, ob er da irgendwas macht, aber ich kann es auch verstehen. Du hast wahrscheinlich auch da, was ich mir vorstellen kann, was du auch in jedem Fitnessstudio hast, egal wie teuer es ist, hast du auch manchmal diese Mitglieder, die angemeldet sind, aber halt angemeldet sind und nicht so häufig erscheinen. Und wenn du dann wirklich bei jedem was dokumentieren willst, müsstest du da ja auch immer wieder nachfragen, ja, was ist denn mit dem und so weiter. Ich war auch oft so ein Kandidat in der Fitnessstudio, deswegen weiß ich das. Ja, manchmal passiert es, manchmal, oder keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass es einfach die Lebensumstände halt nicht zulassen oder was auch immer ist. Also es ist auch absolut kein Vorwurf an irgendjemanden. Aber auch da muss man dann wieder sagen, es klingt jetzt wieder ein bisschen nach Werbetrommel, aber tatsächlich, du hast diesen 12-Monats-Vertrag, wo du 45 Euro zahlst. Wenn du dich in Amerika dazu entscheidest, dass du jetzt Wrestling-Training nimmst, dann zahlst du mal 5.000 Euro up front, ohne dass noch irgendwas passiert ist. Und wenn dann nach drei Monaten, keine Ahnung, irgendwas passiert und du kannst nicht mehr zum Training kommen, dann hast du das Geld verballert. Du kannst dich davon verabschieden. Das war auch nicht Hausnummer. Da würde ich dann doch eher diese Option wählen. Wenn du so blind irgendwo rein erst mal das bezahlst, wo du noch gar nicht so genau weißt, erst mal schaffe ich es immer. Und vielleicht, weil es kann auch sein, dass man nach drei Monaten merkt, nee, ist doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann so viel Geld reingeballert zu haben, Heidewitzka, mein Gott. Ja, Training ist schon mal sehr interessant. Dann haben wir ja schon drüber gesprochen im Vorfeld. Ihr habt natürlich auch Kooperationen, weil ihr nicht alles unbedingt selber anbieten könnt. Es gibt bei euch auch so eine Kooperation zum Thema Training in Verbindung mit Ernährungsumstellungen. Wie macht ihr denn das? Ja, also wenn es in diese Richtung Interesse gibt, dann verweise ich die Leute immer gerne weiter an Scotty Saxon, eine Hälfte der ehemaligen Keiler, der ja sehr, wie soll ich sagen, also wenn man sich seine Fotos auf Facebook und Instagram anguckt, dann wird relativ deutlich, dass der Mann was von Ernährung und vor allem Training versteht. Und ja, das ist so der Name, der immer als erstes von mir genannt wird, wenn es quasi um Training und Ernährung geht. Ja, verstehe ich. Bei ihm kann man das wirklich gut sehen. Da ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man sich von ihm sagt, dass er sich gut ernährt. Ja, also neulich habe ich mir ein Foto von ihm angesehen, dann ist mein Display gesprungen auf dem Handy. Ja, auch schön. Ja, und neben Training, neben Ernährung, gibt es bei euch auch immer mal wieder Events in der Academy. Wie ist denn die Idee entstanden, selber Events zu veranstalten in der Wrestling Academy? Natürlich ist, also es gibt, also Training ist natürlich das Um und Auf, aber es gibt dann auch natürlich einen Punkt, wo die Leute einfach auch vor Publikum auftreten müssen. Es ist aber natürlich so, dass, wie soll ich sagen, der Leistungsunterschied von einem, WXW Academy Student so gut der auch sein möge, zu einem WXW-Stamm-Rosterplatz, der ist nicht unerheblich. Was auch gut so ist, weil wenn das nicht so wäre, dann wäre das Produkt WXW nicht das, was das wäre. Aber natürlich macht es Sinn, da so eine, wie soll ich sagen, so eine Zwischenebene zu schaffen, wo die Leute vor Publikum ihre ersten Erfahrungen sammeln können, wo wir auch natürlich Leute aus anderen Wrestling-Schulen und aus anderen Ecken aus Deutschland mal eine Bühne geben können, sich mit Leuten zu arbeiten, aber natürlich auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, für Leute, die sich vielleicht bei WXW empfehlen möchten, ist es natürlich auch in einer gewissen Art eine Bühne. Und so führt das zu einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre, wahrscheinlich auch zu einer Atmosphäre oder ist das ein Rahmen, wo man auch mal vielleicht über, wie soll ich sagen, wenn da ein Fehler passiert, wo dich vielleicht eine, ich sage jetzt einfach mal, eine smarte Die-Hard-Wrestling-Crowd vielleicht aus der Halle scheuchen würde, wo dann vielleicht mal Fünfe auch gerade gelassen werden, was auf jeden Fall ja nicht schadet, sage ich mal. Also um seine ersten, um seine ersten Gehversuche quasi vor Publikum zu machen, ist so eine Academy-Show eigentlich ideal. Aber auch da, muss man sagen, Academy-Shows vor, ja, sagen wir mal, 100 Zuschauern ist, also teilweise 100 Zuschauer, manchmal 70, manchmal 50, manchmal 150. Es ist immer sehr unterschiedlich, beziehungsweise kommt halt auch darauf an natürlich, ob da noch jemand aus dem, ja, aus dem WXW-Roster vielleicht mit dabei ist. Also zum Beispiel das Season-Finale in der Wrestling Academy ist immer sehr, sehr gut besucht. Also, ja, ich habe auch schon vor, in Anführungszeichen, richtigen Shows vor wesentlich weniger Zuschauern gekämpft. Also, so klein sind dann die WXW-Academy-Shows im Vergleich dann auch nicht. Aber ja, wie gesagt, idealer, idealer Boden für, für die ersten Gehversuche vor Publikum. Ab welcher Trainingsstufen wird man dann da mit eingesetzt in der Academy-Show? Also grundsätzlich wird niemand einen Ring betreten mit meiner Einwilligung oder jemanden anderes, der nicht in der Advanced-Gruppe ist. Also darum, ich weiß nicht, ob das gut klingt, das ist das einzige Vernünftige. Geil, deswegen klingt das gut, weil es so vernünftig ist. Nee, also, das ist ja, keine Ahnung, du kriegst ja deinen Hauptschulabschluss auch nur, nachdem du die letzte Schulstufe geschafft hast. Also, viermal die erste sind auch vier Jahre, aber, ja. Ja, das ist ein gutes Argument, da hast du recht. Das stimmt, vollkommen richtig. Ja, und dann macht ihr ja nicht nur Academy-Shows, sondern es werden mittlerweile auch bei den großen Events immer wieder Inner-Circle-Shows dort veranstaltet. Warum, oder wie ist überhaupt diese Idee gekommen, wir machen jetzt nicht mehr nur unsere Academy-Shows, sondern wir ziehen auch mal Shows vom Karat-Wochenende zum Beispiel eine Show mit in die Academy rein. Was war der Hintergrund des Ganzen? Ähm, ich, da muss ich, äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich der richtige Ansprechpartner bin dafür, weil das in erster, also es sind keine Academy-Shows, sondern von WXW abgehaltene Shows und den Gedankengang dahinter, den kann ich dir nicht darlegen, weil tatsächlich, und das ist jetzt, also es ist jetzt kein Bullshit, von der allerersten Inner-Circle-Show habe ich am Tag danach erfahren. Ach Gott. Das weiß ich nämlich noch, weil, äh, weil es natürlich mit Karat, am selben, äh, am selben Wochenende stattfindet und da weiß ich noch, ich bin, ich bin freitags morgens zum, zum Flughafen gefahren, um eben nach Oberhausen zu fliegen für Karat und hab dann gelesen, dass am Vorabend eine Show in der Academy war und da dachte ich mir, hm, ja, Inner-Circle ist wohl sehr treffend, ne, also, äh, ja, da müsste man tatsächlich mal, äh, ja, bei Tasselu Jung oder Felix Kohlenberg nachfragen, was da der Hintergedanke war. Das würde ich dann beim nächsten Mal tun, dann frage ich dann mal nach. Ja, also die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, weil ich, ja, vom ersten Inner-Circle auch erst im Nahen erfahren habe. Wie viele andere, glaube ich auch. gar kein Problem. Man hat halt so ein bisschen das Gefühl, das kann ja jetzt so aus Zuschauersicht sein, dass einfach auch mal eure Academy für die präsentiert werden soll, die jetzt nicht zu den, in Anführungsstrichen, kleinen Shows kommen und halt nicht ins Training einsteigen sollen, dass die halt auch mal kennenlernen sollen, was gibt es noch so hinter der WXW. und das macht eigentlich auch einen ganz guten, einen ganz interessanten Eindruck, weil es halt ganz anders ist als eine, ja, normale, auch wieder in Anführungsstrichen, normale WXW-Show. Also wenn dann Demis C. Setscher mit Looking for Freedom da reinkommt, das ist schon ein bisschen was anderes, als man das normalerweise kennt. Das ist wohl wahr, ja. Oder wenn man eine Show erlebt vor romantischer Atmosphäre, weil mal kurz die Sicherung rausgeflogen ist oder sowas, das ist auch sehr, sehr spannend. Bei der Inner Circle Show war ich tatsächlich auch nicht dabei. Also da wusste ich, dass die stattfindet, aber da war ich auch nicht. Ja, da hast du ja auch so passt. Zumindest den Stress, das wieder zu lösen, das Problem. Aber es wurde ja gut gelöst, muss man ja sagen. Dann lasst uns wieder ein bisschen mehr zu dem Academy-Hintergrund kommen und zwar zu euren Trainern. Wer ist aktuell bei euch als feste Trainer aktiv? Also natürlich meine Wenigkeit, dann Axel, Axel Rotation hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, der gute Axel aka die Rotation. Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du mich quasi stand, also wenn wir morgen wieder aufsperren könnten, dann wären das tatsächlich aktuell die zwei einzigen sich im Land befindlichen Trainer. Logisch, das ist ja auch gerade ein bisschen schwierig, weil ihr die einzigen seid, die hier halt vor Ort auch leben. Genau richtig. Dann haben wir dieses Jahr wieder reaktiviert, die Frauengruppe, die ich tatsächlich davor vergessen habe, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, die Frauentrainingsgruppe, die wir reaktiviert haben, die in Co-Produktion von Killer Kelly und mir geleitet wird. und dann gibt es noch Alexander James natürlich, der verweilt, aber, also logisch, wenn Kelly in Amerika ist, dann ist er gerade erst recht in Amerika, der auch noch zum Trainerstab gehört. Das sind die vier Trainer, die wir aktuell haben. haben. Ja, das klingt auch nach einer guten Besetzung, muss man sagen. Und ihr habt auch schon mal Gasttrainer da, ne? Ja, also wir haben, in der normalen Zeit. Wir haben, wir haben auch, wir haben auch in der, in der normalen Zeit, Trainer da, wenn es, wenn es sich ergibt und wenn, ja, wie soll ich sagen, wenn, ja, wenn es sich, wenn es Sinn macht, wenn es sich, und wenn es sich ergibt. Da ist die, die Liste auch schon, äh, relativ lang. Also ich möchte jetzt kein, ja, wie soll ich sagen, kein, kein Name-Dropping in dem Sinne betreiben, aber, ob das jetzt, äh, ein Joey Mercury, äh, war, der eben, ehemalig, also zum einen, als, als Wrestler, ehemaliger Tag Team Champion, mit, im, im Team von Eminem, aber vielleicht noch interessanter, äh, Producer, äh, für WWE gewesen, jahrelang, der auch WrestleMania Main Events, äh, produced hat, was natürlich, sag ich mal, äh, Wissen ist, dass, ja, wie soll ich sagen, also natürlich zahlt man einen Preis für, äh, für ein Trainingsseminar, aber das Wissen, das da vermittelt wird, ist natürlich schon in einer gewissen Art und Weise unbezahlbar. Oder ob das, äh, ein Ultimo Dragon ist, oder ein Hardcore Holly, oder, also, ein Gangrel zum Beispiel, also wirklich Leute, äh, äh, schon sehr lang, sehr erfolgreich, ähm, ja, im Wrestling aktiv sind, und man, ja, wie soll ich sagen, es geschafft haben, wenn man dieses, ja, wenn man dieses Vokabular, äh, bedienen möchte, ähm, natürlich, äh, Dr. Tom Pritchard, der mich selber sehr, sehr, äh, geprägt hat, äh, die Liste ist, äh, Vampiro fällt mir jetzt gerade noch ein, also, es wirklich, es sind wirklich, äh, sehr, sehr viele, oder ob es auch, ähm, auch wenn das, sage ich mal, eher für die Advanced, beziehungsweise Teile, äh, des Rosters dann an sich schon war, oder ob es mal ein Gastraining mit NXT-Coach Robbie Brookside ist, ähm, also es wird, es ist schon, es wird schon, äh, darauf geachtet, äh, Impulse von außen, ähm, ja, zu bringen, weil die auch unfassbar wichtig sind, was ich auch aus eigener, äh, Erfahrung, Erfahrung weiß, es ist einfach, tatsächlich ist es im, ist es im Wrestling, vielleicht auch wie, äh, bei gewissen anderen Sachen, dass man, sagen wir mal, dieselbe Sache vielleicht von vier verschiedenen Leuten hören kann, aber wenn es dir der Fünfte sagt, dann macht es Klick, weil der einfach, stimmt, eine andere Art und Weise hat, das Ganze zu deliveren, oder, weil der einfach vielleicht einen anderen, äh, Stil hat, Dinge zu erklären, die, wo es einem dann ein bisschen schlüssiger vorkommt, ja, also, äh, äh, Gastrainer, äh, gab es immer wieder und wird es auch dann, äh, in Zukunft wieder geben, weil das einfach, äh, sehr, sehr wichtig ist. Ist halt gerade auch schwierig, da ihr ja sowieso im Moment nicht, groß trainieren könnt, aber wenn dann wieder mal, etwas mehr, mehr Normalität eintritt, dann, können wir da gespannt sein, wer wieder dazu kommt. Ja, ihr macht das ja auch organisatorisch immer sehr gut, ihr habt ja oft bei Events, wo ihr bestimmte Leute dabei habt, dass ihr direkt Trainingseinheiten mit denen macht, was natürlich dann auch eine sehr gute organisatorische Lösung ist, um das dann immer zu kombinieren, muss man dazu auch noch sagen. Ja, absolut. Dann lasst uns mal zu den Leuten kommen, die bei euch lernen, und zwar lasst uns mal so ein bisschen Blick auf Studenten und Absolventen werfen. Ihr habt ja immer wieder neue Leute dabei, du hast gesagt, insgesamt habt ihr jetzt 130 Leute bei euch im Betrieb, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt über die Studenten nachdenkst, gibt es da welche, wo du sagen würdest, auf die können wir uns in naher oder in näherer Zukunft freuen? Du musst jetzt keinen Namen nennen, aber von dem, was sich da entwickelt, irgendwelche speziellen, ja, Sonderfälle klingt so negativ, aber so Leute, die einfach herausstechen dabei? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also natürlich gibt es Leute, die man vielleicht auch bisher noch nicht gesehen hat, die talentiert sind, die was Besonderes mitbringen. Also ja, die gibt es, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, und du hast es, ja, wie soll ich sagen, du hast schon ein gutes Gespür dafür, dass ich natürlich hier keine Namen nenne, weil ich mittlerweile lang genug dabei bin, um zu wissen, dass es auch immer ganz schnell gehen kann, dass sich dann jemand verabschiedet, weil, keine Ahnung, Wrestling dann doch nicht das ist, was er sich fürs Leben vorgestellt hat, oder, 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 ne, diese Richtung eben. Ganz klar. Es müsste sich ja nur Lebensumstände verändern. Das kann ja schon dafür sorgen. Genau richtig. Von daher bin ich da immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, was, was da, was, was das betrifft. Ich bin auch, ehrlich gesagt, niemand, der zumindest nach außen hin Leute sehr schnell über den grünen Klee lobt, eben, weil es, ja, im Wrestling ist immer ein großes Kommen und Gehen, ne, und, wenn man dann sagt, keine Ahnung, der, der ist es, und zwei Monate später ist er dann nicht mehr da, ist das irgendwie, ist das irgendwie schwierig. Also, um die Frage zu beantworten, ja, es gibt schon den einen oder anderen, ähm, oder die eine oder andere, äh, wo ich sagen würde, da, da geht, da geht was, da geht einiges, da kann man auf jeden Fall, äh, oder da könnte man in Zukunft auf jeden Fall mit rechnen, aber unterm Strich muss man auch sagen, ich hab's ja nicht in der Hand, also, man kann, man kann den Leuten ja nur, äh, das Training anbieten und denen quasi das Werkzeug in die Hand drücken, aber den Weg gehen müssen die Leute dann, ähm, ja, auch selber, von daher ist das ein bisschen jetzt so, ein Luftburg, ein Luftschloss bauen, äh, da bin ich ehrlich gesagt nicht so, äh, der große Fan von, aber ja, wir haben, wir haben sehr talentierte Leute in der Academy. Es hätte ja sein können, dass jetzt gerade in den, in den schwierigen Corona-Zeiten jetzt aktuell die Leute einfach nicht mehr da sind, weil die alle dann irgendwie gesagt haben, nee, wir können eh nichts machen, dann hören wir wieder auf und dass jetzt so ein Vakuum entsteht, aber es ist ja schön zu hören, dass bei euch immer noch genug das, wo man sagt, da haben wir auf jeden Fall Potenzial, wo was draus werden kann, was draus wird, entscheiden die Leute ja am Ende, da habt ihr ja nur einen indirekten Einfluss drauf, ihr könnt denen zwar vermitteln, wie gut sie dafür sind, aber die Entscheidungen, die die Treffenden, treffen die alleine, da könnt ihr ja nicht viel tun. Dann lasst uns über Absolventen sprechen. Wir haben ja jetzt einen schon, ich muss ja schon fast sagen, längeren Absolventen, mit dem du die Academy-Tour gemacht hast und wir haben ja ein paar frische Absolventen. Wer zählt denn so zu euren frischeren Absolventen der Academy? Naja, der, also die Frage ist, wie definiert man denn einen Absolventen? Dann definiert es das doch mal. Ja, also diese Definition, gibt es, glaube ich, Stand jetzt noch nicht, weil Absolvent würde ja immer suggerieren, dass man mit irgendwas fertig ist. Aber Wrestling ist tatsächlich so vielseitig und so ein großes Thema, dass man wahrscheinlich oder hoffentlich nie auslernt. Also ich für meine Begriffe, ich habe jetzt schon einiges gesehen, sage ich mal, bin lange dabei, bin auch relativ gut rumgekommen, aber ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ich habe die Disziplin gemeistert, weißt du, also auch wenn ich der Head Coach bin, bin ich mir sehr wohl im Klaren darüber, dass es immer weitergeht und dass da, es gibt immer noch etwas zu lernen und du kannst immer noch dazu zu lernen und das wird nie aufhören und ich glaube, also ich für mich selber, habe mir zumindest vorgenommen, sollte irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein, wo ich überzeugt bin, dass ich alles weiß, dann muss ich aufhören. Ja, das ist ein Argument, ja. Weil dann hast du den, ja, dann hast du wahrscheinlich die Abfahrt verpasst, weiß ich nicht, ja. Deswegen ist Absolvent so ein, so ein, so ein, so ein großes Wort, würde ich sagen, aber natürlich ist damit ja gemeint, Leute, die von der WXW Wrestling Academy ausgebildet worden sind oder noch, noch werden und natürlich letztes Jahr sein Debüt gegeben hat Anil Marek, der ja auch mittlerweile bei WXW ja, schon im Catch Grand Prix zu sehen ist. Bitte? Jetzt bist du ja, da war es kurz weg, aber jetzt ist wieder gut. Oh, so, welchen Satz war es denn dann? Das war nur Anil Marek, der bei Shotgun dabei ist, das habe ich noch rausgehört und jetzt beim Catch Grand Prix dabei ist. Das Shotgun dahinter, der Teil fehlt nur kurz, aber ist alles gut, alles drin. Okay, gut. Ja, also das ist natürlich der, der aktuelle, der aktuellste Absolvent. Dieses Jahr 2020 kann ich glaube mich mal vorwegnehmen, das ist kein neues Debüt mehr geben wird, ganz einfach, weil es keine Shows dazu gibt. Logisch. Von daher wird sich daran jetzt mal nichts ändern, aber natürlich, wie du schon auch richtig gesagt hast, Norman Haras ist natürlich auch, wenn er es wahrscheinlich am liebsten verleugnen würde, aber auch er ist ein Absolvent der WXW-Restling Academy. Ja, das sind, ja, und dazwischen gab es da, ich überlege gerade, jetzt hast du mich auch einen falschen Fuß erwischt. Ne, Norman ist auch erst zwei Jahre dabei. Ist auch gar nicht so lang, ne? Stimmt. Das kommt einem nur so vor, weil er ständig und überall ist. Ja, weil er so ein bisschen omnipräsent ist, stimmt. Der fällt halt im Moment sehr ins Auge, sagen wir mal so, entweder mit vielfältigen Tierfutter-Nahrungs-Werbungen oder mit Video-Auftritten oder mit Match-Auftritten und mit einer sehr starken Twitter-Aktivität vielleicht. Ja, also tatsächlich, das vergisst man dann oftmals, wie kurz der auch erst dabei ist, weil er eben schon, ja, wie soll ich das sagen, also kann man ja, kann man ja von halten, was man will, aber der hat sich ja nicht umsonst etabliert im deutschen Wrestling-Geschehen, ohne dass ich ihm da jetzt ein Kompliment machen will, aber ja, ist sicher nicht nicht unverdient, dass man den überall sieht, ja. Es ist tatsächlich so, ich habe es nämlich gerade nochmal nachgeguckt, er hatte sein erstes Match am 21.7.2018 Na guck mal, es ist wirklich erst zwei Jahre. Und das heißt, er war quasi das Debüt vor Anil Marik. Ja, das ist natürlich, wie die Zeit vergeht, denkt man sich gar nicht. Ja, richtig. Gerade mal zwei Jahre und auch schon zwei Jahre. Schon. Ja, das kann man natürlich sagen, dürfen wir das Jahr 2020 zu unseren Wrestling-Karrieren dazugeziehen. Das stimmt, ja. Eigentlich müsste man es rausziehen, ja. Ja, also eigentlich müsste man es rausziehen, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, den Gedanken hatte ich erst kürzlich, als ich mal so geguckt habe, weil wir haben so ein bisschen das Gespür, sage ich mal, für Zeit verliert, gerade im Jahr 2020. und bei mir persönlich, ich hatte 2020 24 Matches. Das ist jetzt auch nicht wenig, oder? Für so eine Zeit. Und es kommen durch den Catch Grand Prix ja jetzt auch noch welche dazu. Aber ja, ich hatte 24 Matches und es ist jetzt so, ich hatte auf jeden Fall Jahre, wo ich keine 24 Matches hatte, wo nicht gerade eine weltweite Pandemie im Gang war. Also, wenn man es, wenn man es mal so betrachtet, also man kann auch irgendwo immer was, was Positives oder zumindest was nicht Negatives rausziehen. Also 24 Matches in so einem Jahr sind ja, wenn man es großzügig rechnet, noch immer alle zwei Wochen runtergebrochen im Match, was auch nicht ganz so verkehrt ist. Ja, das stimmt. Man muss natürlich auch sagen, dass ihr dadurch, durch eure Konzepte, die ihr jetzt geschaffen habt, dass ihr also Shotgun nochmal wiederbelebt habt, dass ihr den Catch Grand Prix gemacht habt, natürlich auch gerade so für Wrestling Deutschland nochmal einiges geschaffen hat, wo man auch noch was an Wrestling erleben konnte, was man in der Zeit nicht erwarten musste unbedingt. Weil ohne Zuschauer etwas zu machen, das ist ja auch für euch nicht so einfach. Ihr hattet halt die Möglichkeiten da, aber es ist halt für euch auch kein, nicht unbedingt das, das größte Plusgeschäft, dann Shows zu machen, wo man keine Zuschauer hat und keine wirklichen Einnahmen mehr generiert darüber hinaus. Und trotzdem habt ihr uns da was Gutes geschaffen für dieses Jahr und dadurch entstehen halt auch deine Matches. Aber gut, es ist ja auch nicht so, dass, also natürlich macht man es für die Fans, aber ich glaube auch, wenn man so ganz ehrlich ist, macht man es auch ein bisschen für sich selbst. Also, ich weiß nicht genau, wie ich, ich kann das jetzt nicht wirklich konkretisieren, aber natürlich, ja, man erschafft den Content, damit sich Leute daran erfreuen, aber es macht einem auch selbst Freude, das zu machen. Und das ist für euch natürlich auch gut, um auch nicht einzurosten, wo man so ab und zu, wie ich es mal im Ring was machen kann, weil, ich habe es schon öfter gehört, reines Training ist zwar auch gut, aber im Ring wirklich zu arbeiten, ist doch mal eine ganz andere Nummer. Ja, also, das stimmt, aber, dann, das kommt, das kommt wahrscheinlich drauf an, wenn man, wenn man eine gute Trainingsgruppe hat, wo die Leistungsdichte hoch ist, dann wird man, wird man sich auch im Training fordern, aber natürlich ist eine, ja, Wettkampfsituation hätte ich jetzt fast gesagt, aber natürlich ist so eine, so eine Match-Situation, dann nochmal, dann nochmal was anderes. Es ist nicht so einfach, im Training wirklich so in, in diesen, ja, wie soll ich sagen, in diesen Game-Mode zu kommen, besserer Begriff fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber, alles gut. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, doch, ich muss sagen, das ist, ich bin auch froh, dass ihr das gemacht habt und wir jetzt bis Ende des Jahres, da was haben, dass wir auch schauen können, gerade der Catch Grand Prix läuft ja gerade ganz gut, ist auch mal interessant, mal ein neues Konzept, würde ich sagen, gefällt mir. Aber damit können wir direkt mal übergehen. Wir haben jetzt über so vieles gesprochen, was ihr habt und wir haben gerade das Problem, ihr könnt gerade nicht trainieren, ihr könnt gerade keine Leute, neun Leute gewinnen, weil natürlich die Academy jetzt aufgrund der Auflagen auch zu ist. Wie kann man euch denn jetzt in der, ja, in der zweiten Corona-Phase unterstützen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Ähm, ja, das Einfachste, es gibt tatsächlich auf SL Wrestling einen Shop, wo man sich Wrestling Academy Merch zulegen kann. Das wäre, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Mhm, ja, das ist doch schon mal gut. Und wenn man mal damit anfangen möchte mit dem Wrestling Training, kann man auch überlegen, ob man vielleicht schon ein bisschen früher sich anmelden und euch damit schon unterstützt. äh, ja, es gibt aber auch die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft. Ähm, dass ihr mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt, ich meine, das sind 15 Euro monatlich. Ach Gott, so interessant. Äh, da wusste ich selbst noch nichts von so richtig in die Richtung gar nicht gefragt. Ja, nee, also diese, aber diese Möglichkeit, äh, diese Möglichkeit gibt es, ne? Ähm, ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Klingt auch gut. Also für alle, die die WXW Academy unterstützen möchten, die Fördermöglichkeit mit einem Betrag, den wir nicht genau ausgeben können, die ihr aber sicher erfahren könnt, wenn ihr euch das interessiert und natürlich den Shop bei SL Wrestling, wo man das Merch von der WXW Academy entsprechend erwerben kann. Genau richtig, ja, die, die Möglichkeiten gibt es. Und wenn du, weil ich ja gerade am Laptop gucke, wenn du mir gerade noch eine 30 Sekunden Zeit verschaffst, dann gucke ich auch gerade genau nach, ob es 15 Euro sind. Das machen wir doch gleich. Lass uns doch mal kurz einen kleinen Rückblick machen. Wir haben drüber gesprochen, wie überhaupt die WXW Academy ja verordnet ist, wo sich, was denn Essen ist, was die Räumlichkeiten ausmachen. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, schaut mal in das Cinematic Match rein mit, mit Avalanche und Norman Harvors, wo er dem Norman eine ausführliche Academy Tour noch verordnet hat. Also er hat dann alles nochmal gesehen, von den Büroräumen über den Ring bis hin zum Hundenapf unter der Leiter. Also alles, was dazu gehörte, war dabei. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dann haben wir über verschiedene Trainingsformen gesprochen. Ihr könnt, wenn wieder das Normalleben da ist, mit Kindern bis 13 oder 14 Jahren können dann dort trainieren. Natürlich nicht im gleichen Maß wie die Erwachsenen. Aber mit Cigo Taft zusammen wir haben das Erwachsenentraining in den drei Stufen, wo man sich entsprechend mal weiterentwickelt. Wir haben die Academy Shows, wo wir dann die fortgeschrittenen Wrestler wiederum drin haben, die dort antreten. Und wir haben natürlich feste Trainer, die ihr schon von den WC Shows kennt. Wir haben einmal Robert selber, also Avalanche. Wir haben einmal Cigo Taftion. Und wir haben, wenn sie wieder im Land sind, sowohl Killer Kelly als auch Alexander James. Und haben auch, wie du es eben noch extra erwähnt hast, eine separate Damengruppe nochmal, die jetzt auch wieder läuft und die auch nochmal separat trainiert wird, sodass auch da auch keine Scheu vorliegen muss, falls man nicht in irgendeiner gemischten Gruppe trainieren möchte. Da gibt es auch eine eigene Damengruppe, wo man entsprechend einsteigen kann. Und damit haben wir ein recht schönes und großes Angebot, was die WC Academy hier bietet. Genau, das hast du gerade wunderschön zusammengefasst und es sind tatsächlich 15 Euro. Man könnte meinen, ich habe, ich weiß, ich weiß, wovon ich rede. Der Head Coach weiß Bescheid. Ja, nee, also ja, es sind 15, ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob es 15 oder 10 Euro sind, aber ja, es sind 15 Euro, die die Fördermitgliedschaft wäre. Wenn ihr da Interesse habt, dann schickt mir gerne eine Nachricht oder eine Mail an info-at wrestling-academy.de dann können wir euch da was zuschicken, wenn ihr da wirklich Interesse daran habt. Wunderbar, gut, dass du das nochmal reingenommen hast. Das ist halt immer gut, um euch irgendwie unterstützen zu können und dann können wir da auch entsprechend euch helfen, soweit es geht und danach dürfen wir wieder eure Shows genießen, wenn es wieder soweit ist. Das hört sich doch gut an. Wunderbar, ich danke dir für das sehr angenehme Gespräch und die vielen Infos zur Academy. Kein Problem, danke für die Einladung und dann noch viel Spaß mit den restlichen Wochen des Catch Grand Prix. Ich weiß zwar nicht, wann du das hier veröffentlichen willst, aber anscheinend jetzt, wo ich es gesagt habe, vor Ende des Catch Grand Prix. Ja, der Podcast wird rausgekommen am 5. Dezember, dann weißt du das auch schon. Okay, na super. Danke für die Einladung, war wie das letzte Mal schon ein sehr, sehr nettes Gespräch und dann bis zum nächsten Mal. Genau, wir hören uns wieder und natürlich auch an alle Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart, genießt Wrestling und unterstützt es da, wo ihr kommt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.